Wie man sieht, wir kommen in diesem Spiel sehr, sehr schnell an Magie. Das hat in Ocarina of Time ja so ein bisschen länger gedauert. Aber wir brauchen es hier auch direkt, von daher, dir wurde die Gabe der Magie verliehen. Drücke B, um in deiner derzeitigen Gestalt Blasen zu verschießen. Drücke und halte B, um eine große Blase aufzupusten. Deine Magieanzeige verringert sich mit jedem Schuss. Magieflaschen und Elixiere stellen deine magischen Kräfte wieder her. Jener Mann, der außerhalb der Stadt in seinem Observatorium die Lichter des Himmels erforscht, weiß mehr über den Verbleib des Horror-Kid und unterschätze niemals seine Kraft, junger Freund. Wenn du egens wieder deine ursprüngliche Form erlangt hast, besuche mich nochmal. Ich werde dir dann wieder zur Seite stehen. Okay, machen wir. Kein Ding, kriegen wir hin. So, dann wollen wir doch einmal hier wieder raus. So, und dann wollen wir einmal hier in diese dicke Pflanze, dicke Blume, und uns hier rüber feuern. So, und rennen wir das noch. Denn hier haben wir unser erstes Minispiel. Und wir müssen einige Minispieler abschließen. Ähm, in diesem Game. Weil, äh, es gibt wieder insgesamt 20 Herzen. Drei haben wir schon. Ähm, drei, äh, Herzcontainer. Also 17 Herzcontainer müssen wir noch kriegen. Es gibt aber nur vier Dungeons. Das heißt, von diesen 17 Herzcontainern gibt es vier durch die Dungeon-Endbosse. Und 13 durch Herzteile. 13 mal 4 sind 52. 52 Herzteile müssen wir kriegen. Wow. Naja, ähm, wird das Kindchen spielen. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Ja, ich probier's mal. Also gut, benutze diese dicke Blume. Viel Spaß. Ja, wir müssen hier alle, schaffst du es innerhalb der aktuellen Bestzeit, alle Rubine hinzusammeln, erhältst du einen Sonderpreis. Aber wenn du auch nur ein einziges Mal abstürzt, ist das Spiel vorüber. Der heutige Rekord liegt bei einer Minute 15. Versuche ihn noch, äh, versuche in noch kürzerer Zeit, alle Rubine hinzusammeln. Gut, schlüpfe in die Deko-Blume. Das Spiel beginnt in dem Moment, in dem du herausspringst. Okay. So, wir müssen hier alle Rubine sammeln. So. Ähm. Okay, ihr bewegt euch hoch und runter. Das ist absolut kein Problem. Ähm. Ich muss mal schauen, komme ich darüber? Es könnte knapp werden. Krass, aber. So. Gut. Ähm. Dann will ich jetzt als nächstes darüber. So, perfekt. Dann wollen wir jetzt, äh, ja, einmal zu dem da. So. Ja, passt. Okay. Ey, komm, Ränder. So. Dann zu der Plattform. Komm, ja, ist ja gut, Taya. Ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich. Tut mir leid. So, ich habe noch eine halbe Minute, das sollte reichen. Ich brauche nur noch zwei Rubine. So, sehr schön. Das war ein bisschen knapp, aber es hat gepasst. So, und komm. Und oben und drüber da. Oh. Sehr gut. Es war ein bisschen knapp, aber es hat gereicht. So, eine Minute, zwölf und, äh, und fünf Millisekunden. Wow. Das ist ein neuer Rekord. Ne, 50 Millisekunden. Egal. Äh. Nimm dies. So, nochmal, äh, 50 Rubin extra. Das muss ich mir notieren. Wie war der Name, Kindchen? Hm, hm. Link, nein, höchst, ungewöhnlicher Name für ein Deku. Schon morgen nochmal rein, äh, falls du es einrichten kannst. Ja. Das ist auch aktuell ziemlich das Einzige, was wir hier sinnvoll machen können. Ähm, also, natürlich neben unserer Hauptquest. Aber, ähm, ja. So, dann. Hier, der Typ, äh. Will ich hier anscheinend den Ballon zerspucken. Na, äh, das kriegt er nicht ganz so gut hin. Da helfen wir ihm bei. So. Guck mal, so geht das. Na, ist erstaunt, wa? Na, hast du gerade den Ballon abgeschossen? Nicht übel für einen Deku-Kerl. Die Bombe haben ihn versteckt, von dem aus man ins Observatorium gelangt. Du brauchst einen Code, um reinzukommen. Vielleicht verrate ich ihn dir ja. Aber glaubt ja nicht, dass das so einfach ist. Zuerst musst du einen Test bestehen. Bist du bereit? Ja. Ja gut, Aufstellung, Jungs. Wenn du bis morgen früh alle fünf von uns findest, verrate ich dir den Code. Kannst losgehen? Hm. Okay. Also, wie wir schon gehört haben, wir haben bis morgen viel Zeit, um alle zu finden. So, das finden ist nicht das Schwierige. Das Schwierige ist eigentlich das Einfang. Und ja, das müssen wir auch. So. Am besten in irgendeiner Ecke treiben. Äh, das funktioniert noch mit am besten. Oder was man auch machen kann, ist, dass man einmal die Seichenblase auf sie abfeuert. Äh, dann sind sie bloß nur kurz gestunt. So, jetzt sind noch drei übrig, danke sehr. Ähm, und dann kriegt man es halt auch recht schnell gefangen. Aber, ähm, man braucht es nicht zwingend, sage ich mal. So einen sehen wir jetzt schon da oben. Ähm, ein weiterer müsste dort sein, genau. Wenn wir auch schon, äh, hier am, nur gackern. Der hat halt hier schon so ein Hühnchen in der Hand, um da nach unten zu fliegen. Das ist aber eine ziemlich dumme Idee, weil dadurch kommen wir sehr schnell an ihn ran. So. Dann fehlt jetzt noch der da oben. Den kriegt man meistens, wenn man hier unter dem Dach, äh, drunter herläuft, äh, rausgelockt. So. Haben wir den auch gefangen, sehr schön. Und der letzte befindet sich, äh, hier drüben. Im westlichen Teil Unruhstadt. West-Unruhstadt. So, noch bevor er uns überhaupt bemerkt hat, waren wir bei ihm. Das ist schön. Du bist ziemlich gut für den Deko-Kerl. Wärst du nur ein Mensch? Dann könnte ich dir ein Notizbuch geben und dich zu einem vollwertigen Mitglied machen. Was denkt ihr, Leute? Na, auf keinen Fall. Keine Dekus. Tja, wir haben, äh, wir haben einmal ein nichtmenschliches Kind aufgenommen. Und Junge, Junge, haben wir das bereut. Tut mir leid. Aber wie versprochen verrate ich dir den Code. Ich werde dir aber nur einmal sagen, also pass gut auf. Bist du bereit? Okay. Der Code ist, äh, 54132. Der Code leitet 5, 4, 1, 3, 2. Der Eingang zu unserem Versteck befindet sich im Ost-Unruhstadt. Okay, 5, 4, 1, 3, 2. Dann wollen wir doch mal. 5, 4, 1, 3, 2. 5, 4, 1, 3, 2. 5, 4, 1, 3, 2. Ach, äh, eins noch. Was, äh, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, ich werde das hier wieder in Sessions aufnehmen, wie schon bei Ocarina of Time, und dann die Sessions in Parklängen schneiden. Ähm, finde ich effizienter, als wenn ich das Ganze, äh, Part für Part abbrechen muss. Äh, äh, Moment. Ja, ja, ist gut. Klar. So, noch mal. Ich habe den Text nicht vorgelegt, hm? Wenn du mir vorbei willst, musst du mir den Code sagen. Okay. 5, äh, 5, 4, 1, 3, 2. Oh, das stimmt, du kennst den Code. Das heißt, du bist ein Mitglied. Okay, du darfst passieren. Sehr gut. Dankeschön. Es gibt jede Menge cooles Zeug im Haus, dieses Sterntypen. Oh, und, äh, es lebe die Bruderschaft der Bomber. Ja, ist gut. So. Na, dann, wollen wir einmal hier durch. Ähm, ich habe es noch nicht erwähnt. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Wenn Deko Link hier auf dem Wasser hüpft, ähm, geht oben eine Anzeige runter. Ähm, Ich kann genau fünfmal springen. Ähm, nach dem fünften Sprung ist Schluss. Äh, wenn ich dann nicht irgendwo auf Festland aufkomme, dann, äh, dann, äh, hm, dann sink ich, und, äh, muss wieder dort anfangen, wo ich gestartet bin. Ja, nicht schön, aber ist halt so. Okay. So. Dann wollen wir hier einmal hoch. Denn hier. Ups. Hallöchen. Wie sieh an, welch ein merkwürdiger Geselle kommt da in mein Haus. Bist du ein neuer Freund der Bomberbande? Auf jeden Fall scheinen deine Manieren wesentlich besser zu sein, als die von Simra Bauten, der zuletzt hier war. Und, fens, fens. Okay. Dieser ungezogene Unruhestifter hat gesagt, er würde meine Instrumente zerstören und mir sagt, er würde meine Mondträne stehlen. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Jetzt ist er wohl in der Nähe des Urturms und sorgt auch für Unruhe. Will ich einen Blick durch mein Teleskop werfen? Ja, machen wir. Müssen wir auch. Wir müssen nämlich das, äh, Horror-Kit finden. Und, ähm, es ist nicht nur in der Nähe des Urturms, es ist direkt auf dem Urturm. Wie wir es im Intro schon gesehen hatten. So, äh, Hallöchen, Herr Mond. Oh, ein Meteorit. Mio. Das ist eine sehr komische Einstellung für das Teleskop. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber gut. Ähm, und was sollte das jetzt Horror-Kit? Du Arsch, ey. Das ist gar nicht nett, Mann. Hast du den Unruhe-Stifter gefunden? Und dieser laute Kneipe, was war das? Vielleicht ist deine weiteren Mondträne zur Erde gefallen. Geh durch diese Tür und schau nach drü- keine Ahnung, wie er es so hoch geschafft hat. Vielleicht ist er hochgeklettert. Das wird es sein. Du hast die Mondträne gefunden. Eine unwirkliche Schönheit geht von diesem Edelstein aus. Okay. So. Nacht des ersten Tages. Es verbleiben 60 Stunden. Ja, das ist genau das, weshalb viele Leute das Spiel nicht mögen. Man bekommt halt auch ständig gesagt, ja, es verbleibt nur noch so viel Zeit und bla und das nervt die Leute, warum auch immer. Und ja, deswegen finden sie das nicht toll. Ist mir an der Stelle aber vollkommen egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gehört halt mal zum Spiel. Es gehört mit zur Stimmung dieses Spiels und genau das finde ich so grandios dran. So. Dann wollen wir jetzt zunächst mal und was mit dem Mondträne anfangen, die wir jetzt bekommen haben. Und zwar gehen wir jetzt einmal hier hin. Warte, warte, einen Moment noch. Das ist ja gut. Obwohl der Karneval noch gar nicht begonnen, wird es bereits mein ganzes Lager ausverkaufen. Vielleicht schließe ich den Laden und kümmere mich um ein Geschenk für meine Frau. Ich hörte von einem Stein, den man Mondträne nennt. Sein Glanz soll strahlender sein, als Sternenstaub am nächtlichen Himmel. Wenn du einen solchen Stein hast, würde ich ihn dir gerne abkaufen. Meine Frau würde sich bestimmt freuen. Als Gegenleistung biete ich dir meinen Platz dir an, inklusive die Kuppel. Das klingt ganz cool. Machen wir. Ja. Da hast du das Ding. Ich brauch sie nicht. Na, du, Stein. Du musst ihn mir geben. Ich bitte dir sogar meinen Platz dir an, inklusive die Kuppel. Na, wie wär's? Ja, mach noch. Du hast die Mondträne gegen eine Landurkunde eng getauscht. Yay. Ruhig, danke dir. Jetzt habe ich das perfekte Souvenir für meine Frau. Es ist eine lange Zeit her, dass ich ihre Augen am Glanz eines solch, äh, was? Endlich so kostbar und gewählter Freunden durften. Die Urkunde für diesen Platz sollte bei allen Dekutoren bloß stehen, aber das weißt du sicherlich schon. Wenn du sie nicht mehr brauchst, kannst du jederzeit verkaufen. Ja, okay. Da noch mal ein Hinweis darauf, ähm, dass man hier mit der Landurkunde noch ein bisschen mehr anfangen kann, als einfach nur diese Deku-Blume nutzen. Ähm, um das Spiel einfach durchzuspielen, ist das natürlich so der Hauptgrund, weshalb man, ähm, die Landurkunde benötigt, um dann tatsächlich dort mit der Deku-Blume, ähm, an den Eingang zum U-Turm zu kommen. So, es gibt aber noch mehr Möglichkeiten, wie man sie nutzen kann. Zum Beispiel, wenn man, äh, sich hier, in diese Deku-Blume, äh, vergräbt und, äh, dann so in diese Richtung fliegt, hierhin, so, dann kommt man auch des Nachts hier in den Gasthof rein. Unten ist die Tür verschlossen, aber, von oben aus kommen wir auch so rein. So. Okay, wir wurden nicht rausgeschmissen, das ist schon mal ein großer Vorteil. Ähm, bist du da? Hallo? Keiner zu Hause? Normalerweise ist hier ein Typ, der Papier benötigt. Vielleicht auch nur zu einer bestimmten Uhrzeit, das weiß ich jetzt gerade nicht. Da bin ich tatsächlich gerade überfragt, oder ich darf kein Deku sein. Das könnte natürlich auch noch sein. Hm. Doof. Das gefällt mir jetzt weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich wollte hier schon mal ein Herzfell abstauben. Jetzt, wo ich eh Zeit habe. Weil ich muss jetzt tatsächlich nur auf die Nacht des dritten Tages warten. Ähm, und das war's dann. Nö, ist nix. Na gut, schauen wir später nochmal nach. Ich bin der Meinung, der ist nur nachts da. Deswegen habe ich es jetzt halt auch nachts versucht. Aber gut. Ähm, dann wollen wir jetzt einmal kurz hier nach drüben. So. Dann hier lang. Und hier rüber. So. Und hier wollen wir Hopps. Hallöchen. Mit der netten Dame ringen. Hallo kleiner Mann. Möchtest du nicht deine Rubine deponieren? Heutzutage wollen die Leute ihrer Spahn ist einfach nicht mehr einzahlen. Nichts. Nichts. Als besonderen Anreiz offeriere ich dir eine spezielle Prämie, je nachdem wie viel du einzahlst. Wenn du zum Beispiel 200 Rubine sparst, gebe ich dir etwas, womit du noch mehr Rubine bei dir tragen kannst. Also, womit kann ich die? Wir wollen Rubine einzahlen. Wunderbar. Nun. Wie viel? Wie viel? Äh, 99. Alles, was wir haben. Ernsthaft? Das ist eine Menge, eine Menge, eine Menge. So, Junge Mann. Wie lautet dein Name? Hm, Link war dein Name, oder? So, das wär's. Deine Ersparnisse sind bei mir in guten Hinten. Lass mich dich noch rasch mit meiner Spezialtinte kennzeichnen. Keine Angst, die Tinte ist unsichtbar und es tut auch nicht weh. Punkt. Das war's auch schon. Von jetzt an werde ich dich immer erkennen. So, kleiner Mann. Dein Kontostand betrifft jetzt seit 99 Rubine. Kaum zurück, wenn du ein paar Rechte mal angesammelt hast. Ja. Und genau damit werden wir jetzt noch ein bisschen Zeit verbringen. Rechte mal ansammeln. Oder, um genau zu sein, ähm... Ich hab mal, ja... geschaut, ob es sich lohnt, das zu machen. Und, ja, doch, man kriegt dadurch ganz gut Geld. Einfach hier hinrennen. So, als Deko kriegt man hier normalerweise auch alle Büsche zerstört, bevor sie verschwinden. Gut, einen hab ich jetzt nicht erwischt. Da sind es jetzt nur 8 Rubine statt 9. Ähm... Aber, das ist an sich eine ganz gute Einnahmequelle. So, für den Anfang. Wo man eh nichts Besseres zu tun hat. Außer zu warten. Ja, ich mein, ähm... Ich könnte jetzt, äh... an... zwei unterschiedlichen Stellen die Zeit schneller verstreichen lassen. Aber, ähm... Das finde ich ein bisschen dämlich. Da ich sowieso Rubine sparen muss, und zwar, wenn ich es richtig im Kopf habe, 5.000 für die letzte Belohnung, die ich bekomme. Und, ähm... Da ich ja 100% mache, brauche ich die. Ähm... Ist es ganz sinnvoll, wenn ich jetzt schon mal ein bisschen damit anfange. Und, ich mein, Zeit vergeht so oder so relativ schnell, äh... Schadet. Schadet. So. Egal. Ach, Rubine pro Run. Das ist auch schon ganz okay. Also pro Durchlauf dahin. Und so. Damit kann man leben. So. Ist zwar ein bisschen langweilig, ähm... Aber, ja, es hat das Einzige, wie ich hier jetzt schon so ein bisschen an Geld komme. Und, ähm... warum nicht. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sie nutzen. Ganz einfach. So. Dann kann ich nämlich, äh, auf jeden Fall schon, die erste Belohnung, wie für 200 Rubine, ähm... abholen, während ich noch dekulink bin. komm schon. Okay, das war ein sehr schlechter Run. Sehr schlechte Runde. Da, ähm... das geht auf jeden Fall besser. So. So.